weg ja weiß nicht was das war ob das ein weg war alle guten dinge sind drei übernehmen wir jetzt das wird ein video wohl ja 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 Ich bin gerade mitten auf dem Weg mit dem Hardtail den Weg runter in den Schweizer Bergen vom Rustico von der Freundin von der Mutter, haben wir übernachtet, sind gerade wieder auf dem Weg zum Auto und ich dachte mir, ich schmeiß die GoPro jetzt nochmal an. Der Weg ist echt ganz cool, ich warte gerade auf die anderen und dann fahre ich wieder ein Stück vor mit euch. Let's go! Wow, ordentlich, aber in die coolste Form. Geil, über die Brücke, yo! Oh! Oh! Das war's für heute. Wieder zurück, wieder hin, wieder zurück Ui, hier sind die Filippine Die Filippine Die Filippine Tschau, Weg, ja weiß nicht was das war, ob das ein Weg war Wenn ich bei der Mama zu Besuch bin, dann ist der Pump Track Sevio eigentlich auch immer Pflichtprogramm, deswegen auch das Dirtbike wieder dabei Es ist zwar schon fast am Dämmern, die Mücken sind da, aber drehen wir noch 1-2 Runden, dann haben wir es geschafft für heute Wenigstens lässt sich es aushalten Wenn es mal nicht so unglaublich heiß ist Oh, ey Oh yeah! Woah! Wenn man nicht gerade durchspringen kann, das ist mega cool. Eine Runde, da bist du fertig. Alle guten Dinge sind drei. Den habe ich so auch noch nicht gesprungen, man findet so viel Neues, jede Runde irgendwas. Reicht. Wooh! Wooh! Ja! Wooh! 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 Wooh!